Yo Leute, was geht ab? Mucke hier am Start und ja, ein kleines Video für zwischendurch. Wir sind bei mir zu Hause. Geil! Leute, und pass auf, ich drehe jetzt die Cam und ihr seht, ihr werdet etwa sehen, das seht ihr heute Abend im Stream wahrscheinlich. Seht ihr das? Wir kämpfen hier gegen irgendeinen Boss, Großus, das ist so die kleine Vorgeschichte. Und zwar, für die es nicht wissen, das ist World Warcraft. Ihr sagt ja immer, ich soll euch mal informieren, wenn ich mal wieder was anderes außer Art zocke. Und heute Abend ist es soweit. Heute wird das neue WoW-Addon, guckt das mal, da fliegt das alles platsch, 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 überall Feuer. Bisschen chaotisch, also für Leute, die es zum ersten Mal sehen oder spielen, wird das bisschen chaotisch sein. Ich muss sagen, ich war damals sehr viel, sehr lange, sehr, 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 sehr viel WoW gezockt. Deswegen, ähm, ich freue mich mal das neue Add-on zu sehen, was da abgeht, was da nicht abgeht. Am Start auch die Shisha, muss ich noch sauber machen, bevor es losgeht. Ja, heute Abend wird, oder kommt das neue Add-on raus. Legion, ich habe das schon vor ein paar Monaten angespielt. Mega, mega cool, sehr viele neue Änderungen. Ich bin gespannt, wird das mich überzeugen oder nicht? Wieso glänzt ich so, Mates? Wieso glänzt ich so? Leute, ich werde heute Abend anfangen zu streamen. Erstmal ein bisschen arg, weil das WoW-Add-on startet, glaube ich, ab 0 Uhr. Und ab 0 Uhr würde ich dann auch gerne WoW-Add-on spielen, ne? Wer mitspielen möchte, kann gerne mitspielen. Ich gucke mal, vielleicht machen wir so eine Gilde oder so. Ich spiele auf Egwin, Allianz. Wer mitspielen will, sag einfach Bescheid. Oder soll einfach im Stream Bescheid geben. Wir machen vielleicht so eine, keine Ahnung, so einen ganzen Tribe oder was man da halt so macht. Und dann, also, ne, so eine Gilde. Und dann können wir zusammen Instanzen machen, ein bisschen PvP, dies, das. Also im Endeffekt werde ich auf jeden Fall PvP spielen. War damals für die, die sich mit WoW auskennen, der WoW-Add-on hat 2,7k Arena. Das war Rang 1 im Fünfer. Und ich glaube 2,6, ähm, 3er. Das war, boah, wir waren eine Zeit lang Rang 1. Aber nie bekommen. So was halt alles. Also ihr wisst, PvP wird geil, PvE, wenn wir auch was Cooles machen. Also es gibt Instanzen, es gibt Rate-Instanzen. Die machst du mit 5, mit 10, mit 20, mit 40 Mann. Wird mega cool. Hier kommt so eine Story. Guckt euch mal den hier an. Der sieht geil aus, Alter. Der sieht geil aus. Auf jeden Fall, lustig, lustig. Naja, viel zu sagen gibt's da nicht. Ich mach mal den Sound ein bisschen leiser. Ja. Ab 0 Uhr startet das It-On. Da werden wir ungefähr streamen, ähm, oder das Spielwechsel im Stream zum Add-On. Werden ein bisschen spielen und hoffen. Psst. Jetzt. Leise Spiel. Ja, und werden hoffen, dass einige zuschauen, einige mit uns spielen. Und wir werden ein bisschen Power levelen. Versuchen ganz schnell High Level zu werden. PvE und PvP-Gier gleichzeitig zusammen. Die Instanzen finde ich immer recht cool am Anfang. Weil die sauschwer sind. Die werden ja dann ein bisschen abgeändert, geschwächt. Damit, ich muss zwischendurch mal jemanden angreifen. Nicht, dass ich hier gekickt werde aus der Gruppe. Ähm, die werden abgeschwächt, damit auch die etwas weniger begabten Spieler die schaffen. Also, ich möchte von Anfang an Hard Mode haben. Bin gespannt, wie es ankommt. Bin gespannt, ob es Spaß macht das It-On. Leute, seid dabei. W.O.E. Hype is real. Peace and out.